Huhu Leute, ich bin Flascher. Willkommen zu einem neuen Guild Wars 4 Guide Video zu Runen und Relikten. Mit dem Release von Secrets of the Obscure haben die Runen im Spiel ein ganz großes Update bekommen. Der 6er Bonus auf jeder Rune wurde entfernt, wodurch Runen jetzt ausschließlich nur noch für ihre Attribute da sind. Und dieser entfernte Bonus wurde dafür auf einen komplett neuen Ausrüstungsgegenstand gepackt, nämlich den Relikten. Im letzten Video haben wir uns schon mit den Runen beschäftigt, das heißt wir haben uns angeguckt, welche Runen sind jetzt in den Meta-Bilds vorhanden, wonach sollte man Ausschau halten, welche Fragen muss man sich stellen, wenn man ein Bild erstellt und von welchen Runen sollte man die Finger lassen. Heute im Video werden wir sozusagen den neuen Ausrüstungsgegenstand begutachten und uns anschauen, was die Relikte eigentlich können. Wie gerade schon im Intro gesagt, wurden mit dem Release von Secrets of the Obscure die 6er Boni aller Runen komplett entfernt und dafür auf die neuen Relikte gepasst. Ja, der Gedanke dahinter ist, dass man jetzt sozusagen seine Lieblingsattribute der Runen mit seinem Lieblingseffekt im Prinzip kombinieren kann. Das heißt, man ist nicht mehr daran gebunden, wenn man einen bestimmten Effekt will, dass man dann auch die Attribute dazu vorgegeben kriegt, so wie es vorher war. Das heißt, eigentlich ein System, was sich deutlich besser anhört und was auch dafür sorgt, dass die Bills deutlich stärker werden. Allerdings hat Arnet gleichzeitig auch noch etwas an diesen Boni rumgeschraubt, das heißt nicht jeder Bonus, der vorher mal verfügbar war auf einer Rune, ist jetzt auch als entsprechendes Relikt verfügbar. Das heißt, viele Sachen wurden entfernt, zum Beispiel alle Boni, die Sidekicks beschwören, beispielsweise, dass ein Papagei beschworen wird oder dass ein Golem beschworen wird, der auf der Seite des Spielers kämpft. Diese Effekte gibt es jetzt alle nicht mehr, dafür aber halt von ein paar anderen Runen und wiederum andere Effekte wurden geändert. Das heißt, sie heißen jetzt zwar noch so wie früher von der Rune und haben auch ähnliche Effekte, aber wurden schon in ihrer Mechanik etwas angepasst. Insgesamt gibt es jetzt 40 Kernrelikte. Das heißt, Relikte, die von allen Spielern benutzbar sind, die irgendeins der Spiele oder Add-ons des Spiels haben. Da kommt man also immer dran. Und zusätzlich gibt es jetzt mit Secrets of the Obscure auch noch zwölf Add-on-exklusive Relikte. Arnet möchte auch in Zukunft dann noch weitere Relikte hinzufügen durch Updates und natürlich dann auch in zukünftigen Add-ons wird es dann auch entsprechende Relikte immer geben. Allerdings, wenn man die haben will, muss man dann halt auch das entsprechende Add-on dafür haben. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns jetzt mal an, wie man überhaupt an diese Relikte kommt. Denn es sind natürlich komplett neue Gegenstände, die man nicht einfach so geschenkt kriegt. Die muss man sich wie jeden anderen Ausrüstungsgegenstand auch besorgen. Und von daher würde ich sagen, schauen wir erst mal, wie man an die Kernrelikte kommt. Und dann aber auch, wie man an die jetzt aktuellen Soto-exklusiven Relikte kommen kann. Für die Kernrelikte ist das relativ straightforward, wie man die erhalten kann. Jeder Spieler, der bereits vor dem Release von Secrets of the Obscure mindestens ein Level 60 Charakter hatte, der hat einfach zum Release von Soto diese Reliktkisten geschenkt bekommen. Und zwar für jeden einzelnen Charakter auf dem Account, der über Level 60 war. Jetzt im Nachhinein geht es nicht mehr, aber Arnet hat sozusagen die Spieler etwas belohnt, die schon lange das Spiel spielen. Und hier in diesen Reliktruhen konnte man sich dann aus den Reliktbehältern die verschiedenen Relikte aussuchen. Da sind auch wirklich alle 40 von den Kernrelikten sind hier dabei. Und man hat pro Charakter drei Stück bekommen. Das heißt, man konnte sich sogar pro Charakter direkt mehrere Builds wieder erstellen, dass man zumindest mal sein altes Bild wieder neu starten kann, sage ich mal. Jetzt allerdings für neue Spieler ist das nicht mehr möglich. Die haben zwei Möglichkeiten, nämlich einmal kann man alle Relikte im Handelsposten kaufen. Ihr gebt einfach Relikt ein und da sind dann alle Relikte drin, die andere Spieler anbieten. Da sind auch wirklich alle 40 dabei. Und diese Spieler, die die hier anbieten, haben die aber selbst gecraftet. Das heißt, das ist die zweite Variante, an Relikte zu kommen. Und dazu muss man zu einem der rüstungsherstellenden Lehrer gehen. Es ist egal, in welcher Stadt, an welchem Ort. Ich bin jetzt hier im Turm des Zauberers. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt hier beim Meisterschneider, könnt ihr die Rezepte kaufen. Im allerletzten Tab sind die hier drin. Aber ihr braucht den entsprechenden Beruf, egal ob Rüstungsschmied, Lederer oder Schneider, auf 400. Das heißt, gerade für neue Spieler ist das natürlich keine gute Variante. Die haben wahrscheinlich die Berufe noch nicht so hoch. Die müssten es dann im Handelsposten kaufen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier die Rezepte zu kaufen und die Dinger dann selber herzustellen. Bei den Add-on-spezifischen Relikten sieht die Sache etwas anders aus. Denn die müsst ihr durch Achievements freischalten. Das heißt, indem ihr das Add-on spielt, indem ihr Story spielt, indem ihr Erfolge macht, könnt ihr diese Relikte freischalten. Ein Beispiel kann ich euch mal zeigen. Das ist auch direkt eines der wichtigsten Relikte, wenn ihr Soto habt, zum Beispiel unter Chronik oder Secrets of the Obscure, Akt 2, kriegt ihr, wenn ihr das Meta-Achievement fertig macht, seht ihr, hier ist zum Beispiel das Relikt von Akim mit dabei. Dadurch kriegt ihr das direkt einmal. Das heißt, ihr habt es auf dem Charakter, der es freigeschaltet hat, habt ihr das direkt. Die Dinger sind erst mal, sobald ihr Relikte bekommt, sind die auch Account gebunden. Und erst beim Anlegen werden die Seelen gebunden. Aber wie wir damit umgehen und wie wir die mehrfach nutzen können, gucken wir uns dann gleich noch an. Und sobald ihr dieses Relikt einmal freigeschaltet habt, schaltet es sich ab, dann auch bei entsprechenden Händlern frei. Das heißt, wenn ihr dieses Relikt von Akim mehrfach haben wollt und nicht nur auf einem Charakter, sobald ihr das einmal freigeschaltet habt, habt ihr hier zum Beispiel einen Händler, der steht im Turm des Zauberers, der ist hier auf der rechten Seite. Der Archivar Ikua und der verkauft ab dann alle freigeschalteten Relikte immer wieder neu. Der verkauft jetzt hier für 250 Prise Sternstaub und 500 Forschungsnotizen. Das ist natürlich relativ teuer. Es gibt in dem Himmelswacht-Archipel auch noch einen NPC, der es dann für 250 statische Ladungen verkauft, anstelle von Prise Sternstaub. Also mit beiden Währungen aus Soto kann man die Dinger kaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die im WVW zu kaufen. Da habe ich mich verklickt. Wir schauen uns das einmal an. In Rand der Nebel kann ich gerade nicht. Aber ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. Wir können eigentlich egal in welche Map gehen im WVW, aber am Rand der Nebel finde ich es immer am leichtesten. Ich habe mich doch gegen den Rand der Nebel entschieden, weil ich einfach nicht so lange warten wollte. Darum bin ich jetzt hier auf einfach irgendeine WVW-Karte gegangen. Hier in der Mitte ist meine Hauptbasis. Und hier müsst ihr den NPC Heldenherausforderungen Heldennotar finden. Den gibt es auf jeder WVW-Karte und im allerletzten Tab, seht ihr, verkauft er ebenfalls die Relikte von Secrets of the Obscure und meiner Meinung nach deutlich billiger. Denn gerade mal für 100 Ehrenabzeichen und 50 Zeugnisse von Jade-Heldentaten kriegt man hier so ein Relikt. Wenn man auch nur ein bisschen WVW spielt, hat man diese Währungen wahrscheinlich eher als das, was man im Turm des Zauberers braucht mit diesen 500 Forschungsnotizen. Von daher empfehle ich, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Relikte, wenn ihr die mehrfach braucht, eher im WVW zu kaufen. Im PvP gibt es jedoch auch noch einen NPC, wo ihr an diese Relikte kommen könnt. Schauen wir uns jetzt mal an, wie mit den Relikten eigentlich umgegangen wird. Wenn ihr so ein Relikt bekommt, ist es prinzipiell erstmal Account gebunden. Das heißt, ihr könnt es auf euren Charakteren hin und her schieben. Ihr müsst es nicht auf dem Charakter kaufen oder herstellen, wo ihr es gerne haben wollen würdet. Sobald ihr jedoch das Relikt auswählt, das heißt in eure Rüstung reinsetzt, beziehungsweise in eure Ausrüstung, ich kann das auch mal zeigen, wir haben jetzt hier neben dem Schmuck ganz rechts ein neues Feld, was für das Relikt da ist. Und sobald ihr es hier auswählt, wird es seelengebunden. Das heißt, ab dann könnt ihr es nur noch auf diesem Charakter benutzen und nicht zwischen verschiedenen Charakteren hin und her wechseln. Es ist halt ein exotisches, ein exotischer Ausrüstungsgegenstand und nicht aufgestiegen. Aufgestiegen wird ja nicht seelengebunden, sondern bleibt immer Account gebunden. Aber dadurch, dass das hier exotisch ist, wird es halt seelengebunden. Das Gute ist, ihr könnt es trotzdem zwischen verschiedenen Templates hin und her wechseln. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise das Feuerwerk-Relikt drin und ich habe es auch wirklich nur einmal und gehe ich jetzt hier auf ein anderes Template, dann könnte ich hier trotzdem noch mal, wie ihr seht, das Feuerwerk-Relikt auswählen. Das heißt, innerhalb eines Charakters könnt ihr das mehrfach benutzen. Dann müsst ihr euch das also nicht mehrfach kaufen, sondern ihr könnt es immer und immer wieder benutzen. Wollt ihr es jedoch auf verschiedenen Charakteren benutzen, dann müsst ihr es euch wirklich noch ein zweites Mal kaufen, weil es, wie gesagt, beim Anlegen automatisch seelengebunden wird. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, gibt es noch kein legendäres Relikt. Es ist allerdings eins angekündigt und zwar für das zweite große Update für Secrets of the Obscure. Das heißt vermutlich Ende 2023 oder Anfang 2024, da irgendwo. Da soll ein legendäres Relikt kommen, womit man dann natürlich auf dieses ganze Neu-Craften und sonstige Sachen damit machen verzichten kann, sondern dann kann man genauso wie auch bei legendärer Rüstung jederzeit einfach Stats und sowas alles ändern und selber auswählen, ohne dass man da mehrere von haben muss. Natürlich durch dieses Update, dass die Effekte von den Runen runtergenommen wurden sind und auf die Relikte gepackt wurden sind, ist es natürlich ein Nerf für alle Spieler, die legendäre Runen haben. Denn das Besondere an legendären Runen war ja auch, dass man jederzeit alle Stats wechseln kann und man sich genau diese legendären Runen besorgt hat, damit man halt nicht andauernd alles zweimal und dreimal kaufen muss, sondern jederzeit on the fly auf allen Charakteren einfach alles wechseln kann. Das heißt, diese Spieler haben jetzt natürlich einen Nerf bekommen. Arnet hat aber schon versprochen, dass wenn dann irgendwann das legendäre Relikt released wird, dass sie dann es den Spielern, die ein volles Set an legendären Runen haben, leichter machen, an das legendäre Relikt zu kommen. Das heißt, die kriegen einfach schon ein bisschen mehr Fortschritt hin zum legendären Relikt als Spieler, die das nicht haben. Einfach um das wieder ein kleines bisschen auszugleichen, dass sie jetzt hier im Prinzip ihre legendären Runen, die sie ja schon haben, entwertet bekommen haben. Jetzt als nächstes würde ich sagen, machen wir es genauso wieder bei den Runen. Wir gehen die verschiedenen Builds durch und schauen, welche Relikte kommen denn jetzt überhaupt in Frage für Power-DPS-Builds, für Conti-DPS-Builds, für Supporter oder auch für Tanks, welche Relikte sind da gut, welche können wir eigentlich vergessen und ja, worauf sollten wir Ausschau halten. Die Sache ist, als die Relikte released wurden, dachte man erst mal, wow, die sind ja irgendwie alle kacke. Man wusste nicht so richtig, was soll man jetzt überhaupt wählen, weil die alle irgendwie sich blöd angehört haben. Zumindest mal nicht annähernd so stark, wie es vorher die Relikte, äh Quatsch, die Boni auf den Runen waren. Letztendlich haben wir allerdings ein paar Relikte gefunden, die wirklich nicht nur gut sind, die sogar zum jetzigen Zeitpunkt übertrieben OP broken sind. Allerdings sind das so, ich sag mal, drei, vier Relikte von den insgesamt 52, die es gibt und alle, die ich jetzt nicht aufzählen werde, die kann man im Prinzip auch vergessen. Von daher müssen wir gar nicht so viele Relikte uns angucken. Und wir fangen erst mal an mit Power. Da haben wir das vermutlich stärkste Relikt, welches es für Powerklassen gibt, nämlich das Relikt des Feuerwerks. Wenn wir mit einer Waffenfertigkeit, mit einer Wiederaufladezeit von 20 Sekunden oder mehr Schlagschaden verursachen, erhält man 6 Sekunden lang 10% Schlagschaden. Das Gute ist natürlich, 10% Schlagschaden ist sowieso ein sehr, sehr guter Buff, was damals nicht mal die gelehrten Rune hatte. Selbst die hat keine 10% Schlagschaden gegeben. Und jetzt können wir hier mit diesem Relikt relativ einfach uns einen 10%igen Damage Buff holen und den je nach Klasse wirklich lange aufrechterhalten. Das einzige Problem ist halt, dass wir hier eine Waffenfertigkeit nutzen müssen. Da zählen also keine Unterstützungsfertigkeiten von 6, 7, 8, 9 oder 0 dazu, sondern nur Waffenfertigkeiten. Und es muss mindestens eine Aufladezeit von 20 Sekunden haben. Da gibt es nicht so viele von. Es gibt jetzt hier einzelne Klassen, die können das relativ gut aufrechterhalten. Es gibt aber auch Klassen, die können das überhaupt nicht, weil sie gar keine Waffenskills haben, die 20 Sekunden lang sind, beziehungsweise einen Cooldown von 20 Sekunden haben. Wichtig ist hierbei, solltet ihr durch Traits den Cooldown verringern, dann hat das keinen Einfluss. Also es wird immer von der Standard-Wiederaufladezeit ausgegangen. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Waffe verringert auf unter 20 Sekunden, dann löst dieses Relikt trotzdem aus. Das ist gut für den Spieler. Und es gibt auch Klassen, wo auch noch andere Skills, die eigentlich so gesehen keine Waffenskills sind, zählen. Zum Beispiel beim Ingenieur, wenn der sein Granaten-Kit benutzt, der hat zum Beispiel zwei Granaten, die über 20 Sekunden Cooldown haben, die Giftgranate und die Frostgranate. Und auch die zählen, die triggern dieses Relikt des Feuerwerks. Wenn er jetzt noch zusätzlich einen Hammer benutzt, hat der sehr viele Skills, die, wenn man die nicht alle gleichzeitig benutzt, sondern sagen wir alle sechs Sekunden, weil das ist nämlich hier die Dauer vom Relikt des Feuerwerks, dann kann man hier diesen Buff wirklich sehr lange und sehr gut aufrechterhalten. Von daher, es kommt hier wirklich sehr, sehr stark auf das Bild und die Klasse an, ob wir mit diesem Relikt wirklich was anfangen können oder nicht. Aber 10% ist natürlich was, was wirklich ordentlich ist. Es gibt zum Glück einen Ausweich-Relikt, dass wenn ihr nicht diesen Effekt triggern könnt, weil ihr keine 20 Sekunden langen Waffenskills habt, dann gibt es hier alternativ das Relikt des Diebes. Wenn wir einen Gegner mit einer Waffenfertigkeit treffen, die eine Aufladezeit oder Ressourcenkosten hat. Das heißt, jetzt ist es egal, wie lang der Cooldown ist, Hauptsache es hat einen Cooldown. Und damit sind im Prinzip alle Waffenskills außer der Auto-Attack gemeint. Also alle Waffenskills von 2 bis 5 sind damit gemeint. Oder aber im Fall von beispielsweise einem Dieb, der so gesehen gar keine Cooldowns hat, auf gar keinem Skill, aber es Ressourcenkosten hat, dann kriegen wir für 6 Sekunden lang 1% Schlagschaden. Allerdings stackt das bis maximal 5. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Stack davon bekommen, resetten sich auch die anderen Stacks wieder auf ihre vollen 6 Sekunden. Das heißt, nach ein paar Attacken haben wir dann die maximalen 5 Stapel und somit zumindest mal einen 5% Schlagschadenbonus. Ist zwar nicht so stark wie Feuerwerk, aber besser als nichts. Wenn wir 5% kriegen, nehmen wir die 5% auch. Vor allem, weil das hier sehr, sehr viel einfacher aufrechtzuerhalten ist, weil jeder einzelne Waffenskill von 2 bis 5 dafür zählt. Und wenn wir mit einem Skill mehrere Gegner treffen, dann kriegen wir auch sofort mehrere Stacks. Das heißt, macht ihr eine Attacke, die direkt 5 Gegner trifft in einem AOE. Wenn mehrere Gegner da sind, habt ihr auch sofort die 5 Stapel davon aufrecht. Ab der ersten Sekunde. Von daher, das ist sozusagen das Ausweichrelikt für die Klassen, die das Feuerwerkrelikt leider nicht nutzen können. Es gibt noch ein, zwei andere, die sich auch ganz gut anhören, die man bestimmt in der einen oder anderen Situation mal nutzen kann. Aber das sind so die beiden wichtigen. Also fast alle Power-Bilds, die ihr heutzutage findet, Power-DPS-Bild nutzen. Eins von diesen beiden Relikten. Trotzdem schauen wir uns noch schnell die beiden anderen Relikte an. Wir hätten hier noch das Relikt des Scharfschützen. Wenn ihr eine Schwarzmagie-Fertigkeit verwendet, erhaltet ihr 8 Sekunden lang 10% erhöhten Schlagschaden. Das heißt, wir haben hier nochmal ein 10% Damage-Modifier, allerdings nur für Klassen, die Schwarzmagie-Fertigkeiten benutzen. Und das sind nicht so viele. Es gibt glaube ich nur drei Klassen insgesamt, die überhaupt Schwarzmagien verwenden und wirklich richtig gut nutzen, kann das eigentlich nur der Dieb. Das heißt, wenn ihr hier Scharfschütze spielt und nur der Scharfschütze vom Dieb kann ja überhaupt Schwarzmagien verwenden, dann könnte auch dieses Relikt hier eine Möglichkeit sein, vor allem für solche Sachen wie Kadim-Kites, wo man eh alleine ist, wo man auch die ein oder andere Schwarzmagie in seinem Bild überhaupt dabei hat. Weil, ob man jetzt sein Bild so anpasst, dass man extra viel Schwarzmagien mitnimmt, nur um diesen 10% Damage-Modifier zu bekommen und dafür andere gute Sachen rausnimmt, ist halt auch so die Frage. Von daher, das hier ist auch eher so ein Relikt, was so nischenmäßig ist, aber das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht der ein oder andere Dieb in der einen oder anderen Situation dann eher mal reinnimmt als das Relikt des Diebs, was nur ein 5% Damage-Modifier gibt. Und dann gibt es noch alternativ, aber noch mehr nischenhaft im Prinzip, das Relikt von Isgaren. Das habe ich mir gerade überhaupt gar nicht aufgemacht, muss ich mal schnell machen. So, Relikt von Isgaren belegt ein Gegner für 6 Sekunden mit dem Auge von Isgaren, nachdem ihr seinem Angriff ausgewichen seid. Ihr erhaltet 10% Schlagschaden und Zustandsdauer bei Gegnern mit dem Auge von Isgaren. Das heißt, ihr habt im Prinzip ein 10% Damage-Modifier und auch nochmal Zustandsdauer. Das heißt, dieses Relikt könnte man theoretisch auf einem Power- und auf einem Condi-Bild verwenden. Allerdings muss man hier einem Angriff ausweichen. Und das Problem an der Sache ist, warum das auch in den aktuellen Meta-Bilds nicht drin ist, ist, dass man wirklich einen Angriff ausweichen muss. Es reicht nicht im Kampf, einfach eine Dodge-Rolle zu machen, sondern man muss wirklich einem Angriff ausweichen. Das heißt, da muss ausweichen auf dem Bildschirm stehen, dass man das auch wirklich geschafft hat. Und das macht es natürlich ziemlich schwer, das gezielt alle 6 Sekunden, weil das ist der Cooldown davon, das alle 6 Sekunden zu triggern. Und darum ist es halt, ja, man kann im Prinzip nicht damit rechnen. Gegner greifen vor allem Raid-Bosse extrem unterschiedlich schnell an, manche ganz selten, manche ganz einfach. Ganz schnell meine ich. Und ganz oft. Das heißt, es ist bei manchen einfach, Attacken auszuweichen, bei anderen nicht so einfach. Von daher ist das hier ein Relikt, was man vielleicht in Open World verwenden könnte und auch nur vielleicht auf verschiedenen Klassen. Denn beispielsweise, wenn ihr auch wieder ein Dieb spielt, der hat ja den Dolchsturm, wo man sich die ganze Zeit dreht und dabei die ganze Zeit ausweicht. Das heißt, hier irgendeine Attacke zu treffen, die man dann ausweicht, während dieser Dolchsturm an ist, ist natürlich einfach. Und das Gute ist an diesem Relikt, wenn ganz viele Gegner um euch rumstehen, dann triggert das auch, weil das Relikt hat keinen internen Cooldown, triggert das auch auf jedem Gegner um euch rum. Das heißt, wenn ihr in 5 Gegnern drinsteht und ihr macht Dolchsturm und ihr weicht allen Gegnern aus, dann kriegt jeder einzelne Gegner davon dieses Auge von Iskaren und ihr macht 10% mehr Schlagschaden und mehr Zustandsdauer. Und ich glaube, die Dauer kann sogar stacken. Das ist zwar prinzipiell nur 6 Sekunden an, aber wenn ihr mehreren Angriffen ausweicht, dann stackt das, glaube ich, sogar auch in seiner Dauer hoch. Von daher, für solche Situationen ist es nicht schlecht. Das ist definitiv ein Relikt, was man im Auge behalten sollte für die eine oder andere Situation. Aber für, ich sage mal, Endgame-Raid-Content ist es vermutlich eher nichts. Da wird man eher bei diesem Relikt des Feuerwerks und des Diebes bleiben. Auch wichtig hier, das Relikt von Iskaren ist bis das Einzige hier, was ich bisher angesprochen habe, von den Power-Relikten, welches ihr nur durch Secrets of the Obscure bekommen könnt. Das heißt, das müsst ihr durch Soto freischalten. Alle anderen könnt ihr, wie gesagt, im Handelsposten kaufen oder selber herstellen, weil die zu den entsprechenden Kern-Relikten gehören. Kommen wir als nächstes zu den Condi-Relikten. Auch hier gibt es keine große Auswahl für die verschiedenen Builds. Bereits schon angesprochen von mir, gerade im Video, das Relikt von Akim, welches ihr freischaltet, wenn ihr das Meta-Achievement vom zweiten Akt von Soto fertig macht. Wenn ihr einen Gegner kampfunfähig macht, der fünf oder mehr Stapel Konfusion oder Pein besitzt, gehen Konfusion und Pein auf Gegner im Umkreis eures Ziels über. Hört sich erstmal komisch an, wie eigentlich nur so ein AOE-Relikt. Allerdings ist die Beschreibung hiervon wirklich sehr, ja, fehlerhaft und auch verwirrend, denn so funktioniert das Relikt eigentlich gar nicht. Es ist so, dass man schon einen Gegner kampfunfähig machen muss, klar. Und es hat auch einen internen Cooldown von 10 Sekunden. Das heißt, im Idealfall sollte man es alle 10 Sekunden auslösen, indem man einen Gegner kampfunfähig macht. Hier zählt allerdings einfach nur ein CC-Skill in den Gegner reinhauen. Egal, ob der Gegner eine Breakbar hat oder keine Breakbar, einfach ein CC-Skill benutzen reicht, um das hier zu triggern. Und dann gehen auch nicht die Konfusion und Pein auf Gegner im Umkreis über, sondern der Gegner und Gegner in der Umgebung kriegen einfach Stacks von Pein und Konfusion. Und zwar kriegen die immer, und das ist egal, was vorher auf dem Gegner drauf war, sie kriegen 3 Stacks Pein und 3 Stacks Konfusion mit einer Dauer von 10 Sekunden. Das kriegen die einfach. Und das kriegt sogar auch selbst der Gegner, den man kampfunfähig macht. Und nicht nur, wie das Relikt beschreibt, Gegner im Umkreis. Das ist auch eine Sache, die Arnet leider noch nicht so richtig drin hat, richtig gut zu beschreiben, was die Relikte einfach machen. Weil auch hier steht ja einfach nur, es gehen Konfusion und Pein auf Gegner im Umkreis über, aber da steht nicht, wie viele überhaupt, wie lange und was holt man letztendlich aus dem Relikt raus. Das heißt, das muss alles per Trial and Error von der Community rausgefunden werden. Zum Glück steht allerdings alles mittlerweile im englischen Wiki von Guild Wars 2 drin. Das heißt, da kann man einfach ablesen, was machen denn jetzt die Relikte überhaupt letztendlich, um das einfach ein bisschen genauer beschreiben zu können. Und hier kriegen wir wie gesagt drei Pein, drei Konfusionen für zehn Sekunden, wenn wir einen Gegner kampfunfähig machen. Leider auch nicht möglich ist, den Cooldown zu tracken, diese zehn Sekunden interne Erholzeit. Das heißt, das wird nirgendwo angezeigt, das muss man im Gefühl haben. Viele Builds, viele Condi-Builds sind halt jetzt darauf ausgelegt, genau alle zehn Sekunden oder knapp über zehn Sekunden diese CCs zu machen. Das heißt, zum Beispiel der Condi-Virtuose und der Condi-Holo beziehungsweise Condi-Mech, die nehmen jetzt extra schon Skills mit, die einfach nur dazu da sind, einen Gegner zu CCen, damit man alle zehn Sekunden dieses Relikt auslösen kann, weil das momentan einfach so unglaublich stark ist. Das heißt, jedes Build, was dieses Relikt gut triggern kann, alle zehn Sekunden einen Gegner kampfunfähig machen, sollte auch unbedingt dieses Relikt benutzen, weil es einfach so unglaublich stark aktuell ist. Der Condi-Scourge, der ist momentan bei einem Benchmark von 49k und das liegt zum Teil auch an diesem Relikt von Akim, was wir hier sehen. Es gibt natürlich auch genauso wie bei Power auch wieder Klassen, die das nicht so gut triggern können wie andere Klassen. Das heißt, auch die brauchen wieder einen Ausweich-Relikt. Zum Glück gibt es hier auch eins, wo es ein bisschen einfacher ist, das auszulösen und fast genauso stark ist und das ist das Relikt des Fraktals. Wenn ja ein Gegner, der schon sechs oder mehr Stapel Blutung hat, Blutung zufügt, verursacht das außerdem Brennen und Peinen. Auch hier kriegen wir drei Stacks Brennen, zwei Stacks, ne, tut mir leid, drei Stacks Peinen und zwei Stacks Brennen für acht Sekunden. Und es hat einen internen Cooldown von 20 Sekunden. Das ist also ein kleines bisschen schlechter als das von Akim, aber einfach leichter auszulösen. Das heißt, die Builds, die das Akim-Relikt nicht gut ausgelöst kriegen, können dafür das Relikt des Fraktals benutzen. Ist allerdings genauso wie Akim ein reines Soto-Relikt. Das heißt, es sind keine Kern-Relikte. Das heißt, wenn ihr das Add-on Secrets of the Obscure nicht habt, könnt ihr diese Relikte nicht verwenden. Allerdings frei zu schalten, ist das Relikt des Fraktals auch einfacher, denn das ist standardmäßig freigeschaltet. Das ist das einzige Soto-Relikt, was ihr von Anfang an bei diesen NPCs kaufen könnt und nicht erst durch ein Achievement freischalten müsst. Habt ihr jetzt kein Secrets of the Obscure, gibt es zum Glück noch ein Kernausweich-Relikt und das ist das Relikt der Aristokratie. Erhaltet acht Sekunden lang drei Prozent Zustandsdauer, wenn ihr einem Gegner Schwäche oder Verwundbarkeit zufügt, bis zu einem Maximum von fünf Stapeln. Das heißt, wir können hier 15 Prozent Zustandsdauer können wir hier für alle Zustände raushauen oder rausholen, wenn wir den Gegner Schwäche oder Verwundbarkeit zufügen. Einige Klassen können auch das wieder einfacher als andere, aber das wäre sozusagen das Notfall-Relikt für ein Kondi-Bild, wenn ihr kein Soto habt. Ihr müsst dann natürlich auch euer Gear ein bisschen anpassen, weil eventuell übercappt ihr dann über die 100 Prozent Zustandsdauer, je nachdem wie viel Viper-Gier und welche Runen ihr noch verwendet, aber das hier wäre ein Relikt, was halt wenigstens euch ein bisschen was bringt für euer Kondi-Bild, auch wenn es nicht ganz so stark ist wie das Fraktal- oder Akim-Relikt. Das könnt ihr, wie gesagt, einfach kaufen oder selber herstellen oder auch wieder das schon bereits angesprochene Relikt von Isgaren, zwar auch wieder ein Soto-Relikt, aber auch das gibt ihr eine höhere Zustandsdauer, wäre auch eine Variante für bestimmte Kondi-Bilds. Kommen wir als nächstes zu den Support- beziehungsweise Heiler-Relikten, auch hier, ich habe es vorher angesprochen, es gibt eigentlich nur pro Variante oder pro Job, den man ausfüllen muss, eigentlich nur zwei oder maximal drei Relikte und hier ist es auch nicht anders, da haben wir einmal das Relikt des Mönchs, ursprünglich von der Mönchsruhne, hat jetzt auch einen ähnlichen Effekt, wird einem Verbündeten ein Segen gewährt, so erhöht sich die Heilwirkung auf weitere Verbündete drei Sekunden lang um ein Prozent bis maximal zehn Stapel, das heißt, wir können hier zehn Prozent höhere Heilwirkung raushauen oder rausholen, was natürlich für eine Heilerklasse super gut ist, das hat man vorher schon auf der Mönchsruhne immer verwendet, es spricht eigentlich nichts dagegen, das jetzt weiterhin zu benutzen, nur als Relikt. Aufpassen, das Relikt ist momentan noch ein kleines bisschen verbuggt und auf einigen Klassen funktioniert es nicht richtig, das heißt, vor allem der Mechanist, der hatte ein paar Probleme, dieses Relikt zu triggern, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mittlerweile gefixt ist, aber bei dem wurde abgeraten, das zu verwenden, da es einfach nicht gut ausgelöst hat auf dieser Klasse, von daher, das muss man mal beobachten, wie sich das alles verhält, prinzipiell ist das aber ein sehr gutes Relikt. Dann haben wir aber auch hier ein Ausweich-Relikt für alle, wo halt das Relikt des Mönchs, wie gerade gesagt, eventuell verbuggt, nicht richtig funktioniert und das ist das Relikt von Dwayna. Regeneration, die er anwendet, ist um 20% wirksamer, ziemlich straight forward, einfach wenn wir Regeneration machen, ist das einfach stärker. Eigentlich nicht verkehrt, nicht schlecht, ist ein gutes Relikt, wo man nicht groß drauf achten muss, da passiert einfach alles automatisch, man kann einfach spielen, wie immer und man hielt einfach ein kleines bisschen mehr. Dann vielleicht auch ein bisschen nischenhaft, das Relikt der Gnade, ihr belebt, verbündet 20% schneller und mit 30% mehr Lebenspunkten wieder, beispielsweise etwas für ein Heelscourge. Klar, der Heelscourge wurde in Vergangenheit sehr, sehr viel genervt und ist mittlerweile nicht mehr ganz so populär, wie er mal war, aber ich meine, dieser ganze Heelscourge, der basierte einfach ursprünglich nur darauf, Leute immer wieder und super schnell retten zu können und genau dieses Relikt ist jetzt hier, beziehungsweise dieser Effekt ist jetzt hier als Relikt vorhanden, von daher, man kann sich ein kleines bisschen seiner alten Stärke auf dem Heelscourge wiederholen, indem man hier einfach das Relikt der Gnade verwendet. Alle diese drei angesprochenen Relikte sind übrigens Kernrelikte und ihr könnt euch die einfach kaufen beziehungsweise selber craften. Es gibt jetzt noch ein paar Relikte, die ebenfalls helfen könnten, die prinzipiell sich nicht schlecht anhören, von daher, die sollte man mal gehört haben, falls eins der gerade angesprochenen Relikte genervt wird, sodass es nicht mehr so gut ist, hätten wir hier noch ein paar, die jetzt momentan allerdings nicht in den Meta-Bills vorhanden sind und da haben wir beispielsweise einmal das Relikt des Herolds, wenn ihr einen Gegner, einen Verbündeten, ein Verbündeten ein Segen gewährt, so erhaltet ihr drei Sekunden lang 15 Konzentrationen bis maximal 10 Stapel. Das heißt, wir können 150 Konzentrationen hier durchkriegen, was auch noch mal 10% Segensdauer entspricht. Das heißt, eigentlich gar kein schlechtes Relikt, wodurch man noch mal Segensdauer bekommt, falls einem da was fehlt, auch vielleicht im Hinterkopf behalten, könnte für das eine oder andere Bild nicht schlecht sein. Dann haben wir das Relikt des Schwarms, gewährt euch selbst und Verbündeten in Nähe. Barriere, nachdem ihr eine Heilfertigkeit eingesetzt habt, könnte man vielleicht auch verwenden, um in Raid-Bossen oder Strike-Bossen bestimmte große Attacken zu umgehen, um seinem Team einfach eine Barriere zu geben. In bestimmten wichtigen Momenten, allerdings mit einer internen Erholzeit von 30 Sekunden, kann man das wirklich nur für ganz bestimmte einzelne Attacken einsetzen, wenn überhaupt. Dann haben wir als nächstes das Relikt der Haltbarkeit, nach dem Einsatz einer Heilfertigkeit erhaltet ihr Schutz und Regeneration, bringt jetzt natürlich dem Team selber nichts, aber ist vielleicht auch so eine Variante, die man nutzen könnte, wenn man irgendwie tanken muss, beispielsweise. Wenn man der Tank ist, dann kann man sich auch hier nochmal Schutz und Regeneration geben, auch um vielleicht einzelnen Attacken einfach auszuweichen, um durch Schutz nicht so viel Schaden zu kriegen, oder auch wenn man so einen Job macht, wie zum Beispiel ein Handkite bei Deimos oder sowas. Und dann als letztes von den Support-Relikten auch eins, was sehr, sehr interessant ist und wo ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht in Zukunft bei dem ein oder anderen Support-Bild vielleicht mal auftritt und das ist das Relikt von Mabon. Das ist das einzige Relikt, welches hier Soto-Exklusiv ist, welches ihr erst freischalten müsst, aber das hört sich wirklich sehr interessant an. Wenn ihr im Kampf Macht anwendet, erhaltet ihr acht Sekunden lang Mabons Stärke und bei zehn Stapeln, also pro Macht anwendend, kriegt ihr einen Stapel und wenn ihr aber zehn Stapel erreicht, dann werden danach alle Machtstapel acht Sekunden lang um 25 Prozent stärker. Das heißt, man kriegt einfach mehr Kraft und mehr Zustandsschaden für seine Macht, die man bekommt und danach verliert man aber alles an Macht und Mabons Stärke nach diesen acht Sekunden. Das Gute aktuell ist, das funktioniert momentan auch auf Verbündete. Das heißt, man kann damit die Macht seiner Verbündeten buffen. Man selber verliert dann zwar irgendwann alle seine Machtstapel, was natürlich schlecht ist, aber wenn das irgendeine Klasse macht, die vielleicht eh nicht so sehr auf Macht angewiesen ist, wie zum Beispiel ein Heal Druid oder ein Heal Mechanist, der wo eh nicht so viel Schaden bei rumkommt, klar, die wollen natürlich auch Macht haben, aber wo es jetzt nicht so schlimm ist, wenn die mal ihre Macht verlieren, dann könnte man damit die Macht seiner Verbündeten buffen. Und das hört sich eigentlich wie ein ziemlich geiler starker Buff für Steam an. Es gibt Gerüchte, dass das Buggy ist, dass es eigentlich gar nicht für Verbündete zählen soll. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier in Zukunft noch ein Update kommt, was diesen Effekt, dass es auch für Verbündete zählt, entfernt. Dann bringt dieses Relikt natürlich wieder überhaupt gar nichts. Dann verschwindet das wieder in der Versenkung und bringt nichts. Aber wenn das wirklich, ich sag mal, gewollt ist, dass das die Macht der Verbündeten bufft, dann hört sich das hier eigentlich gar nicht so schlecht an und man sollte das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Als letztes haben wir jetzt noch ein paar Relikte für den Job des Tanks beziehungsweise für denjenigen, der eventuell bestimmte Jobs übernimmt in einem Raid, wie beispielsweise den schon angesprochenen Handkiter bei Deimos. Da gibt es beispielsweise ein Relikt des Verteidigers. Heilt euch nach dem Blocken eines Angriffs um 5% eurer maximalen Lebenspunkte. Wenn ihr innerhalb von 5 Sekunden nochmal blockt, werdet ihr jedes Mal um 1% weniger geheilt bis hinunter zu einem Minimum von 1%. Hört sich jetzt eigentlich ziemlich geil an, vor allem für diesen Handkite. Denn die meisten Bills, die das übernehmen dieses Handkiten, die stacken diese Hände, die man außen an der Rand der Plattform ablegen muss, stacken die auf einer Position und blocken dann einfach mit bestimmten Attacken, um diesen Schaden davon zu umgehen. Und da jedes Mal pro Block, vor allem wenn viele von diesen Händen auf einen Haufen gesteckt sind, jedes Mal geheilt werden, ist natürlich eine wirklich gute Sache. Von daher, wer so ein Bild spielt, der auch wirklich viel mit Blocken spielt, es gibt auch Handkiter, die machen das ohne Blocken, da bringt das natürlich nichts, aber beispielsweise auf einem Wiedergänger, das ist so eine der typischen Handkite-Klassen, der viel mit Blocks arbeiten kann, ist dieses Relikt hier wirklich gut. Sonst alternativ für Tanks wird zwar momentan auch in keinem Meta-Bild, jetzt sage ich mal wirklich genutzt, aber auf jeden Fall was, was nicht verkehrt ist, ist das Relikt des Zentaurin, erhaltet Stabilität, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt, auch hier kann man eventuell dann gezielt für sich selber bestimmte Attacken umgehen, wenn man einfach einen Healskill vorher benutzt, zum Beispiel einfach Mantra zündet von einem Mesmer oder von einem Wächter, um dann einfach Stabi zu bekommen, um irgendeine Attacke, um nicht umgeschleudert zu werden, ist zwar jetzt nichts, was man unbedingt braucht, aber auch was nicht schlecht ist, oder das Relikt des Kronomanden, erhaltet Schutz, wenn ihr eine Brunnenfertigkeit nutzt, auch eventuell eine Variante, wenn ihr als Krono oder generell als Mesmer, ja eher als Krono, weil der hat Brunnen, wenn ihr da tanken müsst, kommt ja auch immer mal vor, dass ein Krono tankt. Und dann als letztes, vielleicht noch jetzt unabhängig vom Job, ist auch ein, ich sag mal, wirklich Nischen- Relikt für bestimmte Builds, nämlich das Relikt der ungesinnene Invasion ist auch das einzige Relikt jetzt hier wieder in der Auflistung, welches Soto exklusiv ist, gewährt euch selbst und Verbündeten in der Nähe zwei Sekunden lang Supergeschwindigkeit, wenn ihr in den Tarnmodus übergeht oder ihn verlasst. Das heißt, hier kann man ein bisschen Supergeschwindigkeit stacken, das wäre zum Beispiel ganz nischenhaft, wäre das zum Beispiel was für dieses Escort-Event in Wing 5, im Raid Wing 5, wo man Desmina, diesen Fluss der Seelen hoch eskortieren muss. Hier spielen sehr, sehr viele Teams damit, einfach Desmina die ganze Zeit Supergeschwindigkeit zu geben, dass die schneller läuft und das wäre hier ein Relikt, was dazu passen könnte. Früher hat man die Zephyriten-Rune glaube ich genutzt, diese Effekte gibt es jetzt nicht mehr so ohne weiteres und da wäre halt dieses Relikt eine Variante zum Ausweichen. Das war es eigentlich auch schon zu allen Relikten, wie gesagt, es gibt eigentlich insgesamt 40 Kern-Relikte, 12 Secrets of the Obscure-Relikte, es werden in Zukunft noch neue kommen, aber letztendlich pro Job gibt es nur zwei oder drei, die wirklich in Frage kommen. ArenaNet hat bereits schon für in zwei Wochen ein Balance-Update angekündigt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Over-Performing-Relikte, wie zum Beispiel für Power, das Relikt des Feuerwerks und für Conny, das Relikt des Akims, genervt werden. Und von daher kann es sein, dass das, was ich euch jetzt hier in diesem Video erzähle, eventuell in zwei Wochen schon wieder anders aussieht, aber das müssen wir dann einfach abwarten, was dieser Balance-Patch bringt. Ich werde dann vielleicht ein Patch-Notes-Video machen und dann speziell auch nochmal auf die Relikte eingehen, welche jetzt genervt und welche gebufft worden sind. Ich sage erstmal Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen, freue mich schon auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020